Vodka! Nice shot ma... Ohohohohoho! Hey, Kinder! Was geht denn bei euch ab, Junge? Wildfire Mission. Wildfire Campaign. Cruise, ich muss Leute mit der Pistole töten. Im Deathmatch, Cruise. Das ist mir so egal. Ich muss Pistol Kills machen, auf der Cruise. Kenn ich schon auswendig die Map. Ich sollte nicht so klatschen. Das ist gar nicht Cruise. Ey, ich muss es doch auf Cruise machen. Das ist eine Schweinerei, ist das. Ich will die Cruise spielen, weg. Und dann muss ich hier... Und so. Übrigens habt ihr schon im Ding mitgemacht, im Giveaway. Nein, ich muss doch ein Pistol Kill machen. Aha, das wird er. Ohohoho, und da ist er schon. Ten Pints for Gryffindor. Eine Giraffe. Nein, Giraffe. Leute, Achtung. Thema der Woche. Ich sag's euch im Gude. Cheater-like, Alter. Nach dem Update konnte man irgendwie durch Smokes durchgucken. Wir haben es nicht gewusst. Ey, und ich spiele und ich war der Erste, als er das plötzlich hatte. Ich bin rausgetappt, um irgendjemanden im Teamspeak rumzuziehen. Komm, Mann, ich hab dir noch Händer gegeben! Ähm, und... Auf einmal komm ich wieder rein und ich... Ich hör den Smoke, aber ich seh keinen. Ich baller rum und sowas, erfreu mich, ergötze mich in meinem Leben. Und auf einmal sagen die Mates, ey, Alter, durch die Wand, durch die Smoke, hä? Wie hast du das gemacht? Dann lauf ich weiter vor und merke, dass ich... Sobald man in der Smoke steht, sieht man sie wieder. Aber man konnte einfach... Ich konnte einfach durch die Smoke durchgucken. Und ich hab die Flammen der Mollys nicht mehr gesehen. Alter, voll Cheater-like. Von hinten, oder was? Das war echt unangenehm. Ich dachte, ey, wenn ich jetzt Pech hab, ficken sie mich irgendwie. Wackband oder sowas. Fand ich schon sehr crank, jawoll. Noch einer, so. Oh, noch einer. Also, das hat mich schon sehr schockiert, das mit diesen Smokes. Durch die Smoke... Ey, durch die Smoke soll ich gucken. Alter, hinten explodiert gerade eine Atombombe. Ich bin gleich tot. Ist aber nicht so schlimm. Weil ich hab ja gleich die Mission. Und übrigens, Männer, es wurde ja schon öfter gefragt, ob ich mal so ein Special machen kann, dass es meine Freundin spielt oder ich mit ihr spiele. Sie läuft und ich ziele und schieße oder sowas. Und, ähm, es ist in der Mache. Sie hat jetzt am Wochenende schon ein bisschen trainiert und, äh, war ziemlich putzig. Ich hab zu ihr erst mal gemeint, komm, spiel mal gegen Bots. Na, läuft bei dir. So, scho. Und da hat sie ja ganz putzig gesessen und hat dann sogar recht schnell richtig, äh, Ehrgeiz entwickelt und wollte eben, wollte eben diese Bots zerfisten. Und dann hat sie dann auch gegen Ende ganz gut hinbekommen. Hey. Und das ist, wie gesagt, jetzt in Planung, dass ich eben mit ihr spiele. Beziehungsweise, dass sie auch einfach mal alleine spielt. Wow. Ja, es kommt noch ein Mate dazu. Fickt euch. Übrigens. Wow. Vielen Dank, Mr. Wombard, an dich. Für die Waffen, gell. Ultra nice. Hab ich, ich hab die hier eingestellt. Die, ähm, Waffen, Affen, äh, Bananenwaffe. Wombard ist hier unten in der Beschreibung verklingt, ja. Guckt mal, nein, bei ihm. Ich mach jetzt noch ein Spiel, weil ich's, glaub ich, nicht geschafft hab, dieses Ding, oder? Ja, nochmal Cruz, natürlich. Wir wollen ja jetzt diese, diese Ding schaffen. Jetzt raste ich aber gleich aus, wenn ihr hier irgendwelche Scheiß-Maps wählt, gell. Cruz. Wollt ihr mich verarschen? Cruz. Ja, mhm, alles klar. Ich hab dich auch gern, Spiel. Und ich weiß, es reicht nicht so. In der nächsten Dummabla-Challenge esse ich, äh, Pfeffer. Einen Löffel voll mit Pfeffer, ja. Der Gustel, der Vollidiot, hat er für mich verloren. So ein Blödkopf. Hopp, jetzt, ich will spielen. Los, geht's schon los, hallo? Ich bin im falschen Team. Ich kann die Waffe nicht haben. Ha! Ja, haha. Also, noch ein Kill gescored, sehr gut. Oh, ich will bald spielen, hui! Mit der Supernova geht's ab. Da mach ich sie kaputt. Da klapp ich sie zusammen wie... Klappbetten. Waaah! Drei Schuss hab ich noch für euch. Oh, fuck, fuck, fuck! Shit. Oh je. Look at this, Pandas. Äh... Ey, man, klau mir nicht die Kills! Der Hund so... Nein, nein, nein! Ah, haha! Kann ich kurz nach... Oh, fuck! Oh, fuck! Nein, so ein Lacker! Kann er mir nicht erzählen, dass er zufällig gerade gezielt hat, Mann. Das war Lack vom Feinsten, mein Freund. Ja, Mario, klau mir den Kill. Geh doch zurück zu deinem Bruder Luigi, Mann! Aha! Wegen mich kann der Mischkeller was machen, wenn ich meinen Staubsauger in der Hand hab. Äh, den füllt mein ich. Yeah, yeah, uah. Yeah! Oh, von hinten! Natürlich! Da erkennt man wieder die wahren, äh, Generäle, ja? Hier vom Anal-Land. Guck mal, wie ich sie immer mir, äh, schön, zumindest von der Seite hole, ja? Oh, hallo, mein Freund! Endlich! Klappt! Da hab ich's klappt, weil da irgendwas kam. Ich hol ihn mir jetzt. Wuh! Woh! Direkt einer um die Ecke, Mann! Der hat natürlich, äh, ganz klar gerade hier seine Schuhe gebunden, aber... Nicht schlimm. Ich hab die... Die... Sag mal, kann ich mal irgendeinen finden? Natürlich, er findet mich und bumst mich, klar! Weißt du, das kann er mir einfach nicht erzählen. Das kann er mir einfach nicht erzählen. Weil ich alle gemutet hab. Das können sie mir nicht... Das müssen sie mir schreiben. So! Jetzt ist aber Ruhe hier im... Im Karton! Ich hab dich gest... Lucky Bastard, Mann! Ich hab ihm auch nur 42 gegeben. Ist schwach. Guck mal, die Shatterbox! Das ist ein Schenny-Bumme, ja? Oh, hallo! Oh, Mann! Den hab ich zu spät erkannt. Aber er war schwach. Die ganze Zeit nur mit Pistole gespielt und immerhin die auf fünften, ne? Schwach, mein Freund. Hab mich grad den Nüssen gekratzt. Der kommt angerannt und kann mich nicht ummachen. Umgelaufen, Alter. Du kannst mich grad mal nicht auflegen, gell? Nice shot, Mann! Wodka! Nice shot, Mann! Hey! Ich kill einen Feind und ein Maid läuft hundertprozentig da gerade hinter mir. Und auf einmal ist ein Feind hinter mir, weil er mir im Arsch pulen will. Du! So! On Point. Ich war so krass on point. Fett. Jetzt seh ich doch hier, dass ich die Mission bestanden hab, ne? Hallo? Mission? Wo bist du? Operation Wildfire Case! Hallo Wildfire Case! Was machst du denn hier? Ich spiel das zweite! Ich spiel das zweite Spiel! Nimm es diesmal auf! Die zweite Online Mission! Ah, ne, 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 die dritte! Wir haben ja vorhin ein halbes gespielt! Ne, 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 ne! Da bin ich aber auch nicht ganz reingekommen! Da war ich ja erst am Schluss dabei! Ich spiel die Mission und bekomme sofort eine Kiste! Und wisst ihr, was ich jetzt mach? Ich mach's so nett auf! Doch, ich glaub ich mach's da gleich noch auf! Komm! Ich nehm noch das Bowie Knife und bin einfach ein bisschen reicher als davor! So, die neuen Nuke Map hab ich schon gesehen! Von daher bin ich jetzt auch erst mal durch mit der Geschichte hier! Und was ist das hier? Dass die die Gänge so gemacht haben! Ich meine, es wird viel falsch gemacht heutzutage! Aber DAS! Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man die Maps grafisch aufpoliert! Wo vielleicht mal eine Wand war, macht man so einen geilen Scheiß hin! Okay, alles cool! Aber doch nicht, äh, hier! Das hier wegmachen! Von daher gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen! Macht auf jeden Fall beim, ähm, Giveaway mit! Ja, gönnt euch hier mal so ne dicke Humme! Denkt dran, die Ding ist auch mit am Start! Äh, was ist das da oben, Mann?! Wollt ihr mich verarschen? Krass! So sind die mal rübergekommen, als wir die Map gespielt haben, hab ich nicht gerafft! Ajo! Ey! Ich muss mir die Maps alle anschauen! Scheiße! Allahopp, gut! Vielen Dank fürs Zusehen, ja! Gebt auf jeden Fall einen Daumen dafür hoch, dass er mich gefickt hat, Mann! Wenn ihr wollt, dass ihr auch schön weiterhin gefickt werdet! Leitet einfach diesen Wunsch an meine Freundin weiter! Hahaha! Hallo! Ciao, ciao! Ciao, ciao!